Hallo liebes Coding DaVinci Team, liebe Coder, wir vom Landesmuseum Hannover freuen uns euch dieses Jahr beim Coding DaVinci Nord 2020 auch unsere Datensätze zur Verfügung stellen zu können. Wir haben über 10.000 Objektfotos und die dazugehörigen Metadaten für euch bereitgestellt und in vier verschiedene Datasets geschnürt. Bestimmt ist auch für euch was dabei. Viel Spaß damit! Hallo liebes Coding DaVinci Team, bei diesem Datenset bekommt ihr 25 Datensätze aus unserer Landesgalerie hier im Landesmuseum Hannover. Unsere Sammlung umfasst sowohl die alten als auch die neuen Meister. Das bedeutet, dass wir sowohl die alten Altarschätze der Kirchen bei uns beherbergen, als auch die Gemälde von zum Beispiel Max Lefugt. Viel Spaß mit den Datensätzen, die aus einem Foto und den dazugehörigen Metadaten bestehen. Ihr werdet was draus machen!